recht herzlich willkommen zur folge nummer 83 von starvector jola unseren spielstand und dann müssen wir gucken wie war das noch karte ach so wir wollen hier unten noch hin genauso ist das dann fliegen wir doch da mal hin pause raus und los geht es ist schon ganz schön das gewimmel da quer über den planeten hier rüber der ist blau am leuchten sieht ja auch interessant aus und da ist ein astroidengürtel und da ist die station wo wir hinwollen abonnent station system aktiv geht da müssen wir gucken wenn wir das haben wollen dass wir das hier machen was war das jetzt ja und bypass aha es ist zurückgekommen ist läuft wieder okay und das sind die upgrade situation lieber haben können wir aber nichts machen oder wahrscheinlich rohstoffe gebrauchen transfer cargo supplies brauchen wir dann von hier mit das machen wir nicht dass die mal hier schön aber mehr wir kommen ja noch an die andere station nebenan das lassen wir mal alles da müssen wir nur halt hier haben wir noch was man kann man kann man dann über das darüber legen dann etwas machen das ist das link wie immer okay woanders noch verkaufen von firmen dann gehen wir mal raus und geht dann was nee geht auch nicht okay go back to main menu rief nein wollte ich gar nicht machen das war auch blödsinn und wollten da ein das nicht open the fleet green nein das mist das wissen wir da wollen wir hin so so jetzt brauchen wir was hier sommer 30 so viel ja das passt und die kümmer ruhig hier verkaufen confirm ok das war schon ganz gut was war hier eigentlich wie lange mal 409.000 und 413.000 also noch 4.000 punkte und steigende lauf und da man nicht ist auch klar flieht was war hier könnte es auch so doch geht wohl schon sagen kann ich das nicht bewegen doch kann ich okay da da fehlt es irgendwie an combat readiness das haben wir eben auch schon fit cool karo karte ist hier wir haben jetzt hier tatsächlich eine station mehr ne war das da automatische playstation ok officer outpost ich denke das ist hier unser nächstes ziel ne das können wir noch machen mineral scanner 108 supplies da müssen wir noch mal einkaufen gehen aber egal das machen wir jetzt das war das bei raw minerals die können wir eigentlich gleich mitnehmen aber dann machen wir erst wenn wir die dinge haben wie heißt es die rohstoffe haben ne das wollte ich nicht 100 stück dabei gut das reicht nehmen wir mit confirm gut das passt dann hier raus jetzt kaufen wir hier die moment mit auch exotik minerals haben die ja noch dann machen das doch mal anders nehmen wir die mal alle mit und das was da noch geht 3000 wir können beides mitnehmen alles klar machen das weiß ich nur nicht aber beides gemacht hat wahrscheinlich nicht oder glaube nicht so jetzt haben wir sie gekauft die 11 kann jetzt auch noch kaufen weiß was er da eben veranstaltet hat weiß ich auch nicht ist connect geht es noch mal nein tatsächlich nicht okay bei surprise warum alles nicht ich glaube dann kann man lieb machen und ja das unsere station hier da geht nix ist klar ne da ist jetzt nicht wirklich was was interessant ist dann gehen wir jetzt zum sprungtor ich glaube das ist ein tacken näher wie das speeding up time da müssen wir gucken das war das war ja was machen wir gute frage nach so wir wollten wahrscheinlich noch zu einem weiteren planeten vorbeifliegen der da in dem bogen ist glaube ich hier müssen wir hin oder sind war weiß ich jetzt gar nicht ne ich glaube hier sind wir schon da müssen wir hin kann ich das hier irgendwo sehen ich glaube nicht ok gut karte ja wir sind schon da fliegen jetzt mal nach da gucken wie das so klappt schlechte combat readiness ist das sogar ne jump point und da rein gut was haben wir hier oder ist noch eine station ist es auch nach verlassen ne automatisch klar da ist ein orsenposten ja fliegen wir einfach erstmal dahin oh das ist ein forschungslabor gucken wir erstmal hier rein ok das wäre noch alles ok so das waren mehr wie tausend deswegen würden das zwei batzen oh hier gibt es ja Waffen nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht alles prima hier charakter nochmal raus die wollen die haben Waffen Komponenten hm 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 ja ich glaube dann machen wir nen deal ne sell das gibt aber ja richtig punkte zwei level aufstiege so ja wir können jetzt die nehmen wir können beide wahrscheinlich nehmen können wir auch machen wenn wir auch noch tausend von mit noch 145 freien raum nee das lassen wir hier gibt es ja noch andere klamotten kenne ich nie weiß nicht was damit machen kann scrambler device blenders kinder kommen das kauf noch mal egal gut ne da machen wir nix reparieren wollen wir vielleicht noch aber brauchen wir nicht ist auch gut und lief was wollen die gleich von uns dass die hier so nach kam gut denke dann geht es wieder richtung sprung ja und dann die frage wo dann hin ich glaube fliegen hier hin und dann dahin ja auf geht's da ist es schon da rein so was haben wir hier supply depot automated storage facility ich glaube da müssen wir mal hin weil da können wir bestimmt unsere waffen komponenten verkaufen auf geht's wo kommt's shipyard kleiner der uns da beflügelt ok buy or sell trading ressources die high tech komponents möchten sie gerne haben dann sollen sie die auch kriegen und schon wieder ein level ab auch den haben wir noch gar nicht gemacht 24 und 15 wieso kriege ich mir mal so viele points die produzieren wir selber die industrie equipment guck mal hier nochmal rein wir brauchen erstmal da oben sprit und auch supplies und firmen ja und ja dann wollen wir erstmal level up hier ne zum ja hier schon reichlich ne ich denke mal machen einen hier und das zweite ist dann die frage wo ne da haben wir auch ganz viele möglichkeiten ich denke mal gehen hier noch mit rein so so das sind ordnance points die gehen erstmal auf 7 das ist klar armor auch und hier sind nochmal ordnance points das hatten wir hier und dann hätte ich gerne hier einen gemacht und dann hätte ich gerne hier einen gemacht top speed und acceleration das nehmen wir da gut ok das haben wir dann dann ist alles gut sag ich mal dann fliegen wir hier zum nächsten ausgang repair your chips ok hat nichts gekostet auch interessant und dann geht es da hin aber ich würde sagen jetzt speichern wir es ab ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020